Hey du, kennst du schon die Black Bike Week? Die geht bei uns vom 25.11. bis zum 1.12. Und keine Angst, auch wenn du ein weißes Motorrad hast oder ein oranges, das gilt trotzdem für dich. Wir haben mega geile Angebote für dich und für dein Bike. Schau dir das hier mal an. Los geht's mit dem Aero Striker, so nennt sich das Modell. Ein ziemlich cooler Helm. Ich habe noch ein paar verschiedene Farben dabei. Da kannst du ja mal gucken, was dir am besten gefällt. Fakt ist, das ist ein verdammt leichter Motocross-Helm. Den gibt es sogar in drei verschiedenen Helmschalengrößen. Was heißt das für dich? Wenn du einen relativ kleinen Kopf hast, dann hast du nicht so eine ewig große Murmel auf. Das sieht einfach unabhängig von der Farbe nochmal deutlich geiler aus. Und bei dem hier jetzt, dadurch, dass wir uns ja in der Vorweihnachtszeit befinden, hier ist so ein bisschen Glitzer mit drin, könnte wahrscheinlich auch ziemlich passend sein. Was kann der so? Der hat für den Fall eines Falles hier so Emergency Straps oder wie das auch immer bei Aero heißen mag. Das heißt, da kann man dann im Falle eines Falles wirklich auch leicht das Futter rausnehmen. Doppel-D-Verschluss und in so einem kleinen Tütchen hier sind sogar nochmal ein paar Ersatzschrauben mit dabei. Das sind also die hier. Und wie ich gelernt habe, kannst du dir den Helm bzw. den Schirm hier im richtigen Winkel einstellen, so dass es auch wirklich cool ist. So, nächste Farbe. Das ist, wenn du dich nicht so richtig entscheiden kannst. Wenn das hier gerade vielleicht noch so ein bisschen KTM-mäßig war, hier ist es vollkommen egal, wie dein Motorrad aussieht. Der passt immer, weil er einfach so dermaßen ausgeflippt ist. Richtig, richtig cool. Und kauf dir doch bei Louis einfach noch eine passende Brille dazu. Die gibt es auch in verschiedenen Farben. Dann knallt das richtig. So, und was haben wir hier noch? Naja, vielleicht Klischee hin oder her. Ein bisschen Homes-Quarner-Farben. Aber am Ende such dir einfach raus, was dir am besten gefällt. Und der Helm ist auf jeden Fall nicht nur ein Schnäppchen, sondern ein richtig geiles Teil mit einer genialen Passform. Gute Farbe damit. Diese Woche gibt es 15% auf SW-Motec. Und wenn du dich da schon mal umgeguckt hast, die haben so viel Zeug. Also einerseits Kofferträger und natürlich auch Koffer, wenn du mal eine richtige lange Reise vor hast. Sturzbügel, Anbauteile ohne Ende. Mach einfach dein Bike sicherer, hübscher und komfortabler mit SW-Motec. Ich weiß, es ist ein kleines bisschen kalt draußen jetzt. Aber wenn du dich jetzt schon vorbereiten möchtest auf den nächsten Sommer, dann mach das doch hier mit den Dainese Air Maze. Das sind wirklich luftige Sommerhandschuhe mit so Mesh-Material. Das heißt, dir pfeift das richtig gut durch, dass deine Hände nicht überhitzen. Und wenn du das unbedingt brauchst und unterwegs auch auf deinem Smartphone rumspielen willst, dann ist das mit denen problemlos möglich. Denn die haben so einen Touch da eingebaut und dann funktioniert der ganze Grab. Sind natürlich zertifizierte Motorradhandschuhe und es schaut auch noch richtig geil aus. Wie du ja weißt, Carbon macht schnell. Und deswegen haben wir hier den Meshua für dich. Der ist wahnsinnig leicht und du hörst es schon, es ist noch eine ganze Menge Zeug dabei. Nämlich vor allem auch Deckelchen, damit du dieses Dach abmachen kannst, wenn du einfach nicht damit fahren willst. Und sogar noch einen Windschutz für hier unten drin. Und ansonsten, wie du siehst, hast du ein riesiges Visier. Also Sichtfeld, gigantisch gut, kriegst alles mit. Und damit das nicht anläuft, ist sogar noch ein Pinlock mit dabei. Also diese beschlagfreie zweite Scheibe für den absolut klaren Durchblick jederzeit. Und das zu dem Kurs. Richtig gut. Kennst du das hier? Das muss dein Bike auch machen, nämlich richtig gut durchatmen. Und deswegen haben wir jetzt 30% auf alle K&N Produkte. Also da gibt es auch Ölfilter und anderen Kram. Und da kannst du mal so richtig geilen Scheiß in dein Moped reinbauen. Wenn du tourenmäßig oder sportmäßig unterwegs sein möchtest, dann nimm doch den Alpine Stars SMX 6. Der kann eben touren oder wenn du sie übertreiben möchtest, auch Sport. Du kannst nämlich zum Beispiel auch diese Schleife hier, wenn du willst, einfach austauschen. Das Ding ist saubequem und jetzt echt zum geilen Kurs zu haben. Wenn du Motorrad fährst und einen coolen Style bevorzugst, dann ist das hier das Richtige für dich. Nämlich bis zu 20% auf Riding Culture. Schau dich doch mal um. Und jetzt noch mal ein Handschuh für dich. Natürlich für den Sommer, andererseits vielleicht schon für unter den Weihnachtsbaum. Und deswegen gerade ein geiles Angebot. Der Fastway City 1. Auch ein Mesh-Handschuh. Das heißt, hier pfeifst du ein kleines bisschen angenehm durch, wenn es im Sommer einfach sehr, sehr warm sein sollte. Das ist ein cooles Griffgefühl. Und hier auf der Fingerspitze auch wieder die Option, dein Smartphone zu bedienen. So. Und wer das Ganze für die Freundin auch noch braucht, dann auch noch in so einer stylischen Farbvariante. Gute Fahrt. Hast du schon mal was von Beeline gehört? Das ist so eine kleine Anzeige für dein Motorradcockpit. Und wenn du normalerweise mit dem Handy navigierst, das aber nicht da vorne irgendwie anbringen möchtest. Das heißt, du brauchst eine spezielle App und dann zeigt dir das Beeline perfekt an, wo musst du abbiegen, wo musst du langfahren und noch ein paar andere Features. Also probier das mal aus und das jetzt zum Knallerpreis. Eine Woche Black Bike Week. Also mega geile Angebote. Beeil dich. Die Links zu den Produkten findest du in der Videobeschreibung. Und dort findest du übrigens auch Links zu allen anderen geilen Angeboten, die wir zudem auch noch haben. Vorbeischauen lohnt sich. Viel Spaß.